Wir sehen uns nun gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel eine beliebige Kurshistorie von deinem ETF erstellen kannst. Bitte achte auf die vorgezeigten Schritte sehr genau, damit du am Ende auch die richtigen Kurse bekommst. Ich habe uns folgendes Beispiel mitgebracht und zwar diesen ETF Tracker in Microsoft Excel. Dieser verwendet als Ticker den SPY, den Spyder. Darüber hinaus bietet dieser ETF Tracker den aktuellen Kurs, sowie die Änderung im Prozent und auch den Zeitraum, welcher in diesem Chart dargestellt wird. Das bedeutet, ich kann hier beispielsweise den Bereich ändern und das Chart aktualisiert sich entsprechend. Wir werden uns nun genau in einzelnen Schritten das ansehen, wie du zu deinem ETF Historian Tracker kommst. Dazu erstelle ich ein neues Arbeitsblatt und werde als ersten Schritt allgemeine Informationen definieren. Das bedeutet, als erstes definieren wir uns, welcher ETF wir uns ansehen wollen. Das schreibe ich in die Zelle B3. Dann notieren wir uns den Zeitraum, den Beginn und das Ende, welchen wir den ETF sozusagen die Historie laden möchten. Somit sind die allgemeinen Informationen vorgezeichnet. Nun füllen wir diese aus. Als ETF verwende ich den SPY. Beginndatum nehmen wir den 01.01.2023 und Ende nehmen wir den 10.01.2023. Als nächstes wenden wir nun die Funktion an, welche uns diese historischen Börsenkurse nach Microsoft Excel importiert. Dazu beginne ich in der Zelle B7 mit einem Ist-Gleichzeichen, um eine Funktion aufzurufen. Und diese nennt sich Börsenhistorie. Diese verlangt etliche Parameter, welche wir nun gemeinsam angeben werden. Zu Beginn wird nach der Aktie gefragt. Da können wir nun unsere Zelle B3 verwenden, beziehungsweise den SPY ETF. Dann das Startdatum. Dann wird nach dem Enddatum gefragt. Und nun haben wir die Auswahl, ob wir tägliche Kurse haben wollen, wöchentliche Kurse oder auch monatliche Kurse. Ich bleibe bei tägliche Kurse und verwende deshalb eine 0. Als nächstes können wir noch angeben, ob die importierten Daten auch mit Überschriften angezeigt werden sollen. Falls ja, sollen wir hier eine 1 verwenden und das werde ich auch in diesem Fall machen. Nun kommen wir zu den letzten Konfigurationsschritten und zwar zu den Eigenschaften. Hier kann man mehrere Eigenschaften angeben, muss man aber nicht. Man kann auch nur eine Eigenschaft angeben. In unserem Fall möchte ich als Eigenschaft das Datum sehen, den Schlusskurs, sowie den Eröffnungskurs, den Höchstkurs von diesem Tag, als auch den Tiefkurs. Und zu guter Letzt auch das Volumen. Nun haben wir diese Funktion erfolgreich parametrisiert und können diese mit einer Klammer schließen. Und ich bestätige nun die Ausführung und werde dann hier noch die Spalte etwas breiter machen, damit wir auch das Datum sehen, sowie das Volumen. Und erhalten nun eine komplette Börsenkurs-Historie von unserem ETF. Wie ihr seht, haben wir nun mit Beginndatum 3.1. Vermutlich ist der 1.1. kein Handelstag und der nächstmögliche Kurs ist der 3.1. Und das Ende, in unserem Fall, wenn wir ganz nach unten scrollen, ist der 10.10. Wir können hier beliebig die Parameter anpassen. Zum Beispiel können wir uns auch das Intervall von täglich auf wöchentlich umändern und erhalten nun die Wochenkurse. Bitte beachten, dass auch die einzelnen Eigenschaften wie der Eröffnungs-, Hoch- und Tiefkurs sich auf Wochenbasis dann entsprechen. Nachdem wir nun die Börsenkurs-Historie nach Microsoft Excel geladen haben, können wir im nächsten Schritt auch ein Diagramm auf Basis dessen erstellen. Dazu werde ich noch ein paar Spalten einfügen. Korrektur, keine Spalten, sondern Zeilen. Um etwas Platz zu bekommen. Das sollte ausreichen. Und hier fügen wir dann entsprechend unserer Börsenkurse nun ein Diagramm ein. Und zwar ein Liniendiagramm. Ich wähle das aus und kann das nun entsprechend parametrisieren, indem ich nochmals auf die Daten auswählen klicke. Und ich möchte mir nur den Schlusskurs ansehen. Und wir erhalten nun den Kursverlauf von diesem ETF entsprechend in einem Diagramm. Wir können auch das Diagramm umändern, zum Beispiel auch auf das oft verwendete Kerzendiagramm. Dazu müssen wir den Diagrammtyp ändern. Ich wechsle dazu von einem Liniendiagramm auf ein Kursdiagramm. Und hier gibt es dann die Auswahl von dem Eröffnungshöchst-, Tiefst- und Schlusskurs. In diesem Fall kann ich es nun nicht ausführen, da ich die Reihenfolge nicht beachtet habe bzw. einhalten muss. Wir können uns das nochmal in Ruhe ansehen. Und zwar, wenn wir diesen Diagrammtyp ändern wollen, benötigt es zunächst den Eröffnungskurs, dann den Höchstkurs, Tiefstkurs und dann erst den Schlusskurs. Das bedeutet, wir müssen in unserem Diagramm zunächst diese Werte entsprechend anpassen. Wir schieben den Eröffnungskurs nun an die erste Stelle und den Schlusskurs an die letzte Stelle und können nun den Diagrammtyp auf das Eröffnungshöchst-Tiefst- und Schlusskurs ändern. Sollte nun übernommen werden. Ich versuche es nochmals. Ich werde das Diagramm nochmals einfügen und zwar indem ich hier entsprechend unsere Daten wiederum auswähle und dann auf weitere Liniendiagramme klicke, Eröffnung, Höchstkurs und entsprechend hier noch die Einstellung vornehme, dass die vertikale Achse in unserem Fall nicht bei 0 beginnen soll, sondern bei 350 und wie wir sehen, erhalten wir nun entsprechend diese Kerzendiagramme. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.